Meine Mutter erwartet euch und hat euch ihre Treue zu unserer heiligen Dreifaltigkeit vermacht. Botschaft unseres Herrn Jesus Christus an Luz der Maria am 12. Mai 2024 Meine geliebten Kinder, ich segne euch, ich liebe euch. Wie viel Ungewissheit und wie viel Schmerz erleben meine Kinder in dieser Zeit. Die Not meiner Kinder lässt sie nicht in der Wirklichkeit leben. VGL SPR 1,7 SPR 18,2 SPR 29,11 Sie bleiben nicht im Einklang mit dem, was sie leben und der Wahrheit dieser Zeit. Geliebte Kinder, betet jeden Augenblick im Laufe des Lebens, damit mit dem Gebet die Werke und Taten innerlich umgewandelt werden, ohne es zu veröffentlichen, ohne es zu verkünden, sondern in Demut zuzulassen, das Wirken und Handeln in meinem Ebenbild. Jetzt, 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 jetzt Dies ist der Moment der Bekehrung meine Kinder. Wartet nicht auf einen anderen Moment, dies ist der Moment, in dem ihr zusammen mit der Veränderung der Schöpfung gleichzeitig die innere Veränderung teilen werdet. Um an der Ausgießung meines Geistes teilzuhaben, vergleiche Jo 14,15-17.25-26, müsst ihr würdig sein, die Signungen meines Geistes zu empfangen, der in Menschen guten Willens Frucht bringt. Meine Geliebten, ihr werdet mehr Zeichen im Himmel und auf der Erde sehen, damit ihr aus der Lethargie erwacht, in der euch der Feind der Seele hält. Die Erde wird weiterhin stark beben, damit ihr erwacht und euch bekehrt, die Wasser werden immer wieder aufgebühlt, um die Sünde der Menschen zu reinigen, die mich verleugnen und ungehorsam sind. Ich bin die Barmherzigkeit und ich rufe euch, deshalb muss jeder von euch aus dem Sumpf auftauchen, indem ihr geistig lebt, und sich über den Sumpf erheben, indem ihr meinem Geist erlaubt, euch zu nähren, damit ihr neue Geschöpfe werdet und aus der Hand meiner heiligsten Mutter die menschlichen Begierden überwindet. Mit der Demut und der Stille meiner geliebten Mutter, lasst alles, was ihr tut und handelt, zu meiner Ehre sein, indem ihr euch an die letzte Stelle unter euren Brüdern stellt, so werdet ihr Zeugnis geben, dass ihr meine Kinder seid. Wie in Fatima hat meine Mutter euch ihr Wort vermacht, dass die ganze Menschheit mit dem Segen und dem Leid dieser Generation umfasst, sie hat euch auch betont, dass ihr ihre Kinder seid und dass sie alle liebt. Meine Mutter erwartet euch und hat euch ihre Treue zu unserer heiligen Dreifaltigkeit vermacht. Sie ist meine geliebte Mutter, das Tor des Himmels und ihr unbeflecktes Herz wird triumphieren. Bietet meine Kinder, bietet, die Spannungen nehmen zu, mehr Nationen betreten den Kriegsschauplatz. Bietet meine Kinder, bietet, Europa leidet vor dem Vormarsch des Krieges, die Worte des Führers Russlands lassen euch über das Nahen des Dritten Weltkriegs meditieren, Aber fürchtet euch nicht Kinder, fürchtet euch nicht, ich werde eingreifen, bevor menschlicher Stolz das zerstört, was göttliches Eigentum ist. Bietet meine Kinder, bietet, die Wasser steigen über die Erde, bietet, wo so viele meiner Kinder wohnen, biebt die Erde, bietet für San Francisco. Bietet, meine Kinder, bietet, meine Mutter ist die Mutter der Menschheit und schwebt über ihren Kindern, schützt euch, liebt sie, meine Kinder. Bietet meine Kinder, bietet, die Dunkelheit kommt, bewahrt mein Licht in euren Herzen. Meine innig Geliebten, empfandt meinen Segen, ich liebe euch. Euer Jesus A.V.E. Maria, du Reinste, ohne Sünde empfangen A.V.E. Maria, du Reinste, ohne Sünde empfangen A.V.E. Maria, du Reinste, ohne Sünde empfangen Kommentar von Luz de Maria Brüder Unser Herr Jesus Christus hat mich gebeten, das Folgende mit euch zu teilen. Als seine Kinder haben wir seine unendliche Barmherzigkeit vor uns, was wir brauchen, ist, so schnell wie möglich Busse zu tun und zum Sakrament der Beichte zu gehen, um die Busse zu erfüllen. Brüder, vor allem ist die geistige Vorbereitung das Wichtigste, was wir nicht vergessen dürfen. Mit heiliger Geduld warten wir auf ernste Ereignisse, aber als Menschheit gibt es einen großen Teil von Brüdern, die nicht wissen, was geschieht und was von einem Moment auf den anderen geschehen kann. Unser Herr sagte zu mir Geliebte meine, sage deinen Brüdern, dass alles voranschreitet, auch wenn es scheint, dass das Leiden aufgehört hat. In diesen Momenten des Stillstands müssen wir besonders wachsam sein, mit der brennenden Kerze und aus der Hand der Gottesmutter. Lasst uns daran denken, dass am Ende das unbefleckte Herz Maria triumphieren wird und dass das, was auf der Erde geschieht, vom Himmel verkündet wird. So leuchten die Sterne immer, auch wenn die menschliche Kreatur sie nicht ansieht. Lasst uns unter dem Mantel der Mutter Gottes in den heiligsten Herzen vereint bleiben. Amen